Er wurde auf der Grundlage eines unbegründeten Verdachts verurteilt. Das Spiel endete mit einer Paz-Situation. Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen Haar. Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns versprochen wurde. Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe eines Porzellantellers. Sie drehte das Formular um, damit er unterschreiben konnte. Er hoffte, ein pikantes Detail zur bevorstehenden Hochzeit zu finden. Der einzige Unterschied zwischen einem Piraten und einem Politiker ist, mit wem du die Beute teilst. Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen Schwindel fortzusetzen. Es wurde schnell klar, dass er sein Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.